darf ich vorstellen freunde mein neuer sponsor das ist für den kameramann ja damit habe ich jetzt nichts mehr zu tun ach so kameramann reichmann messer bitte wenn ich dich schon erwähne dankeschön ja freunde was soll ich sagen wir haben uns gedacht mit welcher firma wird eine zusammenarbeit sinn machen jetzt wo wieder die neujahrsvorsätze starten und alle abnehmen wollen und gerade ich auch der schon immer mit dem gewicht probleme hat was verändern will ich mache es jetzt mal auf und dann zeige ich euch was uns hier so erwartet freunde manche können es vielleicht schon erraten anhand des designs ich will noch nichts spoilern ist auf jeden fall eine wilde nummer so freunde mein neuer sponsor kriege ich ein trommelwirbel freunde ab jetzt mache ich gemeinsame dinge mit 6 plus mega geil ich freue mich sehr ich bin schon sehr lange auch rap bedingt natürlich einfach ein großer fan von 6 plus weil die ja gefühlt mit ganz ganz vielen rappern schon irgendwie was gemeinsam gemacht haben und ich feiere die und ich bin einfach happy euch jetzt mitteilen zu können dass ab jetzt 6 plus und ich gemeinsame sachen machen und das haben die mir geschickt ich packe erst mal das aus einmal so eine dose einmal so eine dose trinkflächen 6 plus i'm not like you so sieht es nämlich aus was haben wir hier geiles peanut butter geil was haben wir hier sieht aus wie ein t-shirt geil haben wir hier das war glaube ich ein pullover das habe ich mir natürlich alles aussuchen dürfen auf nacken von 6 plus und ja freunde wie ist es zu dem kontakt gekommen ganz unspektakulär wir haben einfach gedacht die und ich passen gut zusammen wir können coole sachen machen und jetzt ist soweit jetzt darf ich euch endlich verkünden dass meine wenigkeit bei 6 plus ist ja schon eine ganze menge freunde was habe ich mir bestellt was habe ich hier alles 6 plus produkte logischerweise 6 plus peanut butter habe ich mir bestellt drei dosen warum weil ich spielen bei der liebe und in kombination mit diesem kollegen hier 6 plus pancakes glaube ich wird es eine sehr runde sache so dann ganz klassisch instant rice pudding ich habe den noch nie probiert ja ich bin super großer milchreis fan und dachte mir kommen mit rice pudding kannst du nichts falsch machen ist ja so auch irgendwie ganz lecker glaube ich und all diese sachen die ich euch jetzt zeige werden natürlich noch gekocht und gemacht und davon wird es ganz viele videos geben und so aber jetzt erstmal nur zum auspacken rice pudding auch cool dass man den so tragen kann dann haben wir hier veganes rice protein einfach einfach weil ich dachte dass rice pudding und rice protein doch bestimmt gut zusammenpassen ja die zwei dann habe ich hier so zwei trinkflaschen ja dass ich natürlich auch im fitnessstudio style technisch am start bin und auch was zu trinken ab hier dann was haben wir hier 6 plus king bars ja das sind schokoriegel was soll ich euch sagen freundlich nasche ums leben gerne und will aber grundsätzlich versuchen auch im nächsten jahr wieder ein bisschen auf die ernährung sagt ein bisschen gesünder zu leben mehr sport zu machen aber ab und zu ihr wisst stressigen tag und so da muss man sich mal was reinknallen und ich denke so ein 6 plus schokoriegel wird es auf jeden fall tun und weil ich schokoriegel fan bin habe ich mir gleich eine ganze packung bestellt hier von den dingen 6 plus legend bar mit white coco almond also sieht schon ganz geil aus das sind mal das sind mal presche riegel alle die sehen geil aus okay werde ich auf jeden fall alles noch testen und so was haben wir hier die sehen auch sehr sehr lecker aus protein pizza wraps also ich bin riesengrap fan ich bin riesengrap fan deswegen habe ich mir gedacht buddhack ohne wraps ja funktioniert nicht deswegen habe ich mir gleich drei packungen bestellt darin werden wir auf jeden fall saftige gerichte zubereiten mit geilen wraps halt ja mal gucken was mit also einfällt mit aber darf nicht fehlen und t shirt und pulli ja vielmehr war es gar nicht freunde jetzt nicht dass ich dachte ich habe noch zehn andere kartons man muss immer locker anfangen erstmal gucken was abgeht aber ich kann euch mal zeigen wie der kollege aussieht über 6 plus was geht ab hinten mit auf näher auch geil einmal pulli und dann haben wir noch ein t shirt auch ganz geil sec plus und hier vorne sieht es so aus müsste eigentlich hinkommen oder ja freunde das habe ich mir jetzt einfach mal zukommen lassen von den freunden und das heißt all diese produkte werdet ihr natürlich in den nächsten videos von mir öfter sehen und wir werden gemeinsam ein paar sachen austesten ich werde logischerweise auch beim sport die kamera mit dabei haben ich meine ich bin ja kein profisportler oder so aber ja vielleicht motiviert euch wiederum zuzusehen wie ich mir den arsch aufreise dass ihr mehr macht und so wollen wir doch alle irgendwie alle dasselbe erzielen oder einfach gesund und munter durchs leben und auf die bin ich extrem gespannt nämlich die 6 plus pancakes da bin ich ein riesen fan davon also vom pancakes generell ja freunde auf jeden fall machen 6 plus und ich jetzt gemeinsame sachen noch mal liebe grüße an das ganze team und auch für den und auch für das vertrauen und so wird auf jeden fall eine richtig coole reise nächstes jahr was soll ich sagen ich bin aufgeregt ist eine coole sache für mich und ja ich bin gespannt was wir alles leckeres mit den sachen machen werden gibt jetzt kein verkaufs rabattcode mit budak 10 oder so den spaß mache ich jetzt erstmal nicht mit sondern alles entspannt freunde ihr wisst wo ihr das ganze zeug herbekommen natürlich findet ihr alle links unten natürlich werde ich euch auch sagen wie diese ganzen sachen schmecken freunde ich muss sagen es sieht schon sehr verführerisch aus peanut butter in so einer squeeze packung ich würde sagen wir machen nicht lange rum freunde und testen einfach mal geil also die peanut butter schmeckt auf jeden fall schon mal geil freunde ich bin auch schon heiß auf so einen riegel es wird auf jeden fall eine aufregende reise freunde ich bin gespannt wie euer feedback dazu ist und ich freue mich natürlich über jeden support deswegen schreibt sie in die kommentare so sieht es aus freunde sek plus und ich will machen jetzt gemeinsame sachen ich freue mich sehr drauf bin auch sehr dankbar und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video hatte die horn steif passt auf euch auf von mir gibt es ein dickes ps wie immer bis bald